Ich bin Angela Soldat und ich bin die örtliche Stadtführerin von Eberat Travel hier in Florenz. Ich bin seit 15 Jahren Stadtführerin und seit ungefähr zwölf Jahren arbeite ich zusammen mit Eberat. Mit großer Lust und Freude. Wir können sagen, wir sind zusammen älter geworden und wie man sagt, in guten und schlechten Zeiten. Wie Sie natürlich wissen, dieses Jahr durften wir eine Pause machen und wir haben tatsächlich eine lange Pause gemacht, aber nicht nur gefaulen oder gejammert, ein bisschen. Wir haben auch viel gearbeitet in dieser Zeit. Wir haben viel gearbeitet, weil wir haben uns etwas Neues ausgedacht. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie man immer besser hier führen kann und immer etwas Neues entdecken. Und ich würde sagen, das war eine wichtige Arbeitszeit. Auf jeden Fall. Nun reicht es. Nun reicht es und wir haben große Lust, wieder unsere Arbeit zu machen. Es geht jetzt langsam los. Museen, Kirchen, wird alles aufgemacht. Selbstverständlich werden wir nicht alles anbieten. Wir werden unter den Bedingungen arbeiten, die absolute Sicherheit versichern. Wenn Sie doch nach Florenzi kommen würden oder vorhaben, nach Florenzi zu kommen, würde ich riesig freuen, Sie zu empfangen. Tschüss. Ciao. Bis bald. Hallo. Bis zum nächsten Mal.